Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Mahlzeit, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Die Mittagsfrau, der Bestseller-Verfilmung des gleichnamigen Buches von Julia Frank. Ich bin Nestu und ich mache hier gleich mal ein Geheimnis, also ich muss euch etwas verraten. Es wäre natürlich super passend, diese Besprechung an einem Mittag aufzunehmen, aber wir haben es natürlich schon nach 9 Uhr abends und deswegen begrüße ich hier heute Abend meine, ich nenne sie mal Abendfrau. Hallo Schlogger! Hallo, hallo Abendmann! Hallo! Ja ihr Lieben, wir zwei, also die Schlogger und ich, wir konnten diesen Film schon vorab sehen und er startet am 28. September in den deutschen Kinos und die Schlogger und ich, wir hatten jetzt schon, ich glaube, mehrere Vorgespräche für diese Besprechung und es gibt da, ich möchte nicht sagen ein Problem, aber wir werden, um diesen Film adäquat besprechen zu können und wir wollen diesen Film adäquat besprechen, zumindest aus unserer Perspektive, müssen wir leider Sachen spoilern. Ich würde einfach sagen, wir spoilern direkt einfach drauf los, auch weil wir hier den Fall haben, dass die liebe Schlogger das Buch kennt, ich kenne den Wikipedia-Beitrag zum Buch und der Film und das Buch, die haben ein paar, ja und die unterscheiden sich in ein paar wichtigen Faktoren. Wenn ihr einfach nur wissen wollt, wie die Schlogger und ich diesen Film finden, dann spult einfach vor bis zu den letzten fünf Minuten, da werden wir unser spoilerfreies Fazit abgeben, aber jetzt hier seine Spoilerwarnung ausgesprochen. Ich finde aber, dass man diesen Film durchaus auch mit Spoilern genießen kann, denn er erzählt eine Geschichte, die im Groben, sage ich mal, ja, ich möchte nicht sagen, gewohnte Bahn, aber es ist ein Kriegsdrama, Nachkriegsdrama und da kommen Themen drin vor, die wir, glaube ich, auch schon öfters behandelt gesehen haben, in Filmen sowie Literatur. Aber das ist jetzt diese Spoilerwarnung, die ist hiermit rausgegeben. Schlogger, gehst du damit konform oder sagst du, nein, du willst doch irgendwas loswerden, bevor wir anfangen? Nee, wir können direkt reinhauen in den Spaß hier. Okay, in den Spaß. Ja, ob der Film ein Spaß ist, wir werden sehen. Gut, aber liebe Schlogger, dann fangen wir doch mal damit an. Die Mittagsfrau, ganz grob gesagt, worum geht es eigentlich? Also das Spannende, da können wir direkt in den Vergleichbuch-Film auch ein bisschen einsteigen, dass das, was das Buch beschreibt, was auch hinten auf dem Buchrücken steht, wird im Film passiert ganz am Ende erst, obwohl man es am Anfang schon angedeutet sieht. Und zwar geht es um Helene, die nach dem Zweiten Weltkrieg, also 1945, ihr Kind, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, er ist so zwischen fünf und acht Jahre alt wahrscheinlich, ne, zwischen sechs, sieben und acht Jahre alt, ihr Kind. Also ich habe mir aufgeschrieben, er ist sieben. Okay, da habe ich doch, ist im Prinzip richtig. Es geht um Helene, die eben 1945 ihr Kind an einem Bahnhof verlässt und von da an leugnet, je ein Kind gehabt zu haben. Und dieser Film begleitet uns auf ihrem Lebensweg, wie es denn sein kann, dass eine Mutter oder ein Mensch so etwas tut. Durch eben die Vorkriegszeit und die Kriegszeit. Genau, danke schön. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe den sehr ausführlichen Wikipedia-Beitrag in der Bahn gelesen, auf der Heimreise nach der Vorstellung. Und da wurde mir gesagt, dass es so ist, dass der Film, also aus ihrer Perspektive, also von der Mittagsfrau, der Helene, gespielt hier von Mala Emde, erzählt wird. Außer der Prolog und der Epilog, die werden halt eben aus der Sicht ihres Sohnes Peter erzählt. Einmal an dem Zeitpunkt, als sie ihn zurücklässt und einmal, als sie ihn dann, glaube ich, knapp zehn Jahre später, als er 17 ist, wiedersehen möchte. Ich finde das sehr interessant, dieses Buch so zu erzählen oder so zu beginnen. Ich glaube aber, jetzt nachdem ich den Film gesehen habe, dass es die richtige Entscheidung war, es nicht zu tun, also nicht vorzugreifen oder zu erzählen, pass auf, sie lässt ihr Kind zurück, weil ich glaube, du hättest dann die ganze Zeit dieses Damoklesschwert der Anschuldigung über dieser Figur der Helene stehen. Ich fand es, glaube ich, wirklich, die richtige Entscheidung zu sagen, nein, wir erzählen es von Anfang an komplett aus der Sicht von Helene. Siehst du das anders oder siehst du das auch so? Oder ähnlich? Also ich wusste ja, wusstest du, dass das am Ende passieren wird? Also am Ende im Film? Nein, also das kann man dazu sagen, ich wusste wirklich gar nichts über den Film. Ich wusste, das meine ich todernst, ich wusste gar nichts. Ich wusste nicht mal, dass es eine Literaturverfilmung ist, das wusste ich erst, als er im Vorspann stand, nach dem Roman von Julia Frank. Okay, okay, genau. Also weil der Film fängt ja an, schon ein bisschen mit einem Vorsprung, dass wir sehen, wie sie, also Helene, etwas älter, sie fährt auch Auto, und sie ist gekleidet, das ist offensichtlich nicht mehr, es sind nicht mehr die 40er Jahre, wie sie auf den Hof fährt und dann jemanden treffen möchte. Und dadurch, dass ich eben wusste, dass sie ihr Kind aussetzt, konnte ich dann ahnen, dass sie das Kind da besuchen möchte, fand aber tatsächlich im ersten Moment schon da, den Schauspieler das Alter sehr schwer einzuschätzen. Er sah aus wie ein Zehnjähriger mit Schnurrbart im ersten Moment oder mit Bartschatten. Ich habe das gar nicht richtig lesen können, weil man ja nicht wusste, wann es spielt. Im ganzen Film sieht man übrigens nie Jahreszahlen, man weiß nie, wie viel Zeit ist vergangen. Das muss man sich alles irgendwie selbst mit Hintergrundwissen oder Logik zusammenreimen. Aber um jetzt auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, du hast mich ja gefragt, wie findest du das, dass es eben anders als das Buch aus ihrer Sicht und eben auch nicht mit diesem Prolog und Epilog aus seiner Sicht ist, fand ich auch gut. Sie haben ja im Filmvergleich zum Buch viel vereinfacht und das hat für mich als Film gut funktioniert, ja. Es ist ein komplexer Film. Also ich glaube, das Buch ist noch komplexer. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt, wie gesagt, bei Wikipedia das gelesen. Du hast es komplett gelesen, das Buch, oder? Ähm, nicht ganz. Also es ist für mich ein sehr, der Stil ist nicht so leicht und da bin ich nicht so ganz reingekommen. Ich habe immer mal Ausschnitte gelesen, ich habe versucht, das Hörbuch anzufangen, aber ich habe es nicht ganz gelesen tatsächlich. Okay, das ist ein super Stichwort, weil, wenn der Film geht 135 Minuten, wenn der nach 60 Minuten zu Ende gewesen wäre, wäre ich aus diesem Film rausgegangen und hätte gesagt, ey, ganz ehrlich, seid mir nicht böse, aber das ist wahrscheinlich einer der schlechtesten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Denn dieser Film hat einige Sachen, die für mich vorn und hittig funktionieren. Und das sind vor allem die Dialoge. Meine Fresse, was sind das für hölzerne, prätentiöse, kunstgewerbliche, oft Theaterteadialoge. Da sind Sachen dabei, wo ich mir den Kopf geschüttelt habe, wo ich mir dachte, ihr könnt doch nicht erwarten, dass ich auch nur irgendeine Art von Empathie entwickeln kann, wenn da Leute wirklich sich gegenüberstehen und Sachen sagen wie, dein Herz, es ist erkaltet. Das gibt es nur. Es hat für mich nicht funktioniert. Aber nach gut einer Stunde, oder vielleicht waren es auch nur 45 Minuten, ich hatte jetzt keine Uhr an, um die Zeit zu messen, habe ich mir irgendwann gesagt, ich habe ja keine andere Wahl, als es hinzunehmen. Das ist einfach die Art, wie sie es erzählen wollen. Ich versuche mich darin fallen zu lassen. Ich will nicht sagen, dass ich gesagt habe, dass ich jetzt am Ende sage, doch, es ist gut, so wie es ist. Nee, ich finde es immer noch nicht gut. Aber irgendwann habe ich meine, wie soll ich sagen, Defensive aufgegeben, und konnte tatsächlich mit dem Film mehr anfangen. Und ich bin, das kann ich jetzt sagen, noch nicht bereit, final zu sagen, wie ich den Film fand, weil ich es nicht weiß. Ich bin noch so hin und her gerissen. Aber ich muss sagen, wenn es eine große Schwachstelle für mich in diesem Film gibt, sind es die Dialoge. Die fand ich nämlich von vorne bis hinten furchtbar. Wie war es bei dir? Gut, witzig, dass du das sagst, weil ich dachte auch am Anfang, ah ja, typisch deutscher Film. Es war nicht unbedingt der Inhalt der Dialoge, sondern wie sie ihn auch präsentiert haben. Also es war halt dieses Theater. Es wurde schon in der ersten Szene, als sie auf diesen Bauernhof fährt, dass wirklich jede Silbe überdeutlich gesprochen wird, so wie es kein Mensch im echten Leben tut. Wo ich schon dachte, okay, das ist so typisch deutsch, hat dann noch keiner verstanden, dass man so einfach nicht spricht. Und jetzt, wo du es sagst, fällt mir auf, dass ich das im Film wirklich völlig vergessen habe, mich darüber aufzuregen. Deswegen kann ich auch gar nicht sagen, ob es im Verlauf des Filmes besser wurde oder ob ich es einfach nur, wie du, angenommen habe. Nee, es wird nicht besser. Also zumindest haben mir das die Kollegen und Kolleginnen nach dem Film gesagt. Aber ich finde es halt so faszinierend, weil ich finde noch, ich finde keine richtige Antwort darauf. Aber irgendwann hat sich dieser Film für mich, so blöd es klingt, geöffnet. Irgendwann bin ich reingekommen. Und ich kann ganz klar sagen, das ist für mich jetzt kein filmisches Highlight der Dekade. Aber irgendwie hat er mich mitgerissen. Und irgendwie habe ich seit dem Verlassen des Kinos diesen Film auch immer noch mit mir mitgetragen. Also ich war danach noch in einem anderen Film. Und danach bin ich nach Hause gefahren. Und seitdem arbeitet der Film in meinem Schädel. Und das ist ein gutes Zeichen, wie ich finde. Ja, ich finde auch, auf jeden Fall ist es schön, dass du dein blindes Herz geöffnet hast. Das Wortbild fand ich eigentlich ganz schön. Die bezeichnet, es fängt ja an mit, dass wir eben rausfinden, dass Helene als Kind und ihre große Schwester Martha bei ihrer Mutter leben, die nicht mehr, also die ist psychisch nicht mehr ganz fit, um es sehr wohlwollend auszudrücken. Und im Buch erfahren wir auch, dass sie eben die große Schwester Martha bekommen hat, dazwischen vier Söhne, die alle verstorben sind im Säuglingsalter und eigentlich überhaupt nie mehr Kinder haben wollte, dann noch einmal Sex hatte von ihrem Mann, an den sie aber nie herangelassen hat eigentlich, bis auf dieses eine Mal. Und dann eben Helene gezeugt wurde, die von Anfang an keine Liebe von ihrer Mutter bekommen hat, dafür aber zum Glück von ihrer großen Schwester. Diese Liebe wird auch gleich schon ein bisschen fragwürdig dargestellt, denn in den ersten paar Szenen sehen wir schon, dass beide Anatomie interessiert sind, also auch nicht doof sind, sind auch beide gehen in die Krankenpflegerichtung und dass es dann damit endet, dass, also diese Szene, dass Helene ihre große Schwester im Schritt streichelt und sie dabei das offensichtlich genießt sozusagen. Ja, es wird ja, ich möchte nicht sagen komödiantisch aufgelöst, aber es kommt ja dann so, es gibt so eine Art Auflösung, weil ich auch dachte, huch, was ist denn jetzt hier los? Ist das so eine Art, sagen wir mal, zärtliche Cousin? Ist das jetzt so eine Art, ja, wird das so eine Art homosexuelles Drama? Denn ich finde halt, dass der Film, das kann man ihn wirklich als Schwäche ankreiden, ich würde sagen, es ist eine Stärke von ihm. Er hat nämlich sehr viele, ich nenne es mal Leerstellen. Es ist kein Film, der dir alles haarklein erklärt. Viele Sachen, die Erklärungen, die kommen, ich möchte sagen, organisch. Und ich wusste am Anfang auch gar nicht, wie stehen diese zwei Frauen zu Ende? Ich habe festgestellt, die eine ist vermutlich sieben bis zehn Jahre älter als die andere und die liegt da gerade und lässt sich von der Untersuchung und okay, die sind halt medizinbegeistert und wahrscheinlich auch ein bisschen, also sind dann auch intelligent, aber mir war nicht klar, dass das Schwestern sind. Dann fährt man erst in der Szene danach. Genau. Genau. Und es gibt so viele Beispiele, dass der Film dir etwas präsentiert und ich dann erst mal saß und dachte, hä? Und es dir erst später klargemacht wird. Ein gutes Beispiel ist, später in der Handlung übernimmt Helene eine Anstellung als Apothekerin, sage ich mal. Also hilft außen in einer Apotheke. Und sie macht ja ihre Arbeit und dann geht der Chef halt nach Hause und sie scheinen auch ein gutes Verhältnis zu haben und dann guckt er sie so komisch an und sie gibt ihm Geld. Wo ich mir dachte, hä? Also sie arbeitet doch für ihn. Warum gibt es ihm jetzt ihnen Geld? Und später, sehr viel später, sehen wir aber, dass sie Kokain entwendet aus der Apotheke und ihre Tante mitbringt, bei der sie wohnt in Berlin oder gewohnt hat. Und so musst du selbst halt eins und eins zusammenzählen. Und das finde ich ist stark. Also, verstehst du richtig? Es gibt einiges, was ich immer noch nicht richtig verstanden habe. Es gibt einiges, was glaube ich auch absichtlich im Dunkeln gelassen wird. Aber ich habe es teilweise sehr genossen, dass ich da manchmal saß und dachte, okay, ich verstehe es gerade nicht. Und dann aber später die Antwort kam. Und die Antwort wird dir nicht präsentiert und wegen, sehe hier, hier ist die Antwort. Nee, sie kommt einfach vorbei und du musst sie annehmen oder nicht annehmen. Und das hat mir gefallen. Ja, das könnte man wahrscheinlich grundsätzlich als Kritik von Buchverfilmungen machen, dass manchmal Szenen gezeigt werden, die nur die verstehen, die das Buch gelesen haben. Was du jetzt aber als Pluspunkt rausstellt und was auch stimmt, ist, dass sie dann aber wahrscheinlich bei vielen Szenen drauf geachtet haben, es dann doch irgendwie zu erklären, wenn auch nur so inhärent. Also nicht hier mit Chekhovs Gun, wir machen Zoom drauf, sondern passiert halt so nebenher. Ja, das fand ich auch ganz gut, jetzt wo du es sagst. Ich habe über die Szene, mir fällt auch gerade ein, ich habe mich gewundert, aber sie dann einfach vergessen. Und cool, dass du das dann gerade so verbunden hast, auch für mich. Dafür bin ich hier. Dankeschön. Auch ein großes Thema, was wir hier haben, was mir gerade einfällt. Wir haben ja schon gesagt, dass die zwei Schwestern sehr klug sind und vor allem eben unsere Protagonistin Helene. Und das ist auch ein großes Thema, dass es um das Frauenbild in den 20ern und 30ern geht und wie Helene da so gar nicht reinpasst. Beziehungsweise wie wahrscheinlich sehr viele Frauen nicht reingepasst haben, aber eben da mitspielen mussten, weil es keine Wahl gab. Und da gehört auch zum Beispiel dazu, dass sie sehr klug ist. Aber diese Intelligenz und Bildung, die sie mitbringt, eigentlich ihr später, die wird von den Leuten einfach ignoriert. Also sie lernt ja zuerst, es wird von ihrer weiblichen Verwandtschaft, wird es ja dann unterstützt. Sie ziehen dann von der Mutter weg. Sie finden heraus, dass sie eine Tante haben in Berlin, ziehen dann zusammen dahin. Da ist auch erst mal ganz klassisch und auch sehr, man könnte auch kritisieren, sehr platt. Also da wird gefeiert. Wir sehen direkt sehr viele nackte Menschen. Wir sehen direkt einen Dreier, Homoerotik noch weiter. Ist so ein bisschen, wir hatten Anfang des Jahres ja, Babylon ist so ein bisschen wie Babylon nur in der Sparstrumpf. Kann man es, glaube ich, ganz gruppisch schreiben, ja. Genau, das sehen wir direkt. Sie lernt natürlich trotzdem, sie ist sehr klug, da wird sie unterstützt. Und dann lernt sie eben in dieser Apotheke, die du gesagt hast, lernt sie eben dann Karl kennen. Auch ein Student, ein Student der Literatur, also auch eine Geisteswissenschaft. Sie ergänzen sich, sind aber gegensätzlich, ja. Was ich ganz wichtig finde, was ich unglaublich erwähnenswert finde, sie hat ja auch wirklich einen Plan. Sie hat ja einen ganz klaren Plan, sie möchte in Berlin ihr Abitur machen und dann möchte sie Medizin studieren. Sie hat ein ganz klares Ziel und so wie sie das vorträgt und so wie wir Helene kennenlernen, war mir zumindest ganz klar, das ist eine Frau, die kann dieses Ziel schaffen. Und dass sie es nicht schafft, liegt wenn nicht an ihr, sondern an den Umständen. Und da kommt auch schon so das Erste, wo man denkt, okay, ja, das wird nicht funktionieren. Denn wir wissen halt, okay, wir haben jetzt wahrscheinlich so 1930, 1933 in Berlin und wir wissen ja alle, was für eine Zeit jetzt auf uns zukommt. Genau, und dann kommt noch so was, was du gerade angedeutet hast, was der Film uns nicht erklärt. Also wir kriegen ja schon mit, wo sie aufwächst. Und es wird, glaube ich, irgendwie angesprochen, dass die Mutter jüdischer Abstammung ist. Aber nicht so direkt, ne? Also das schwillt in uns nur so dahin. Ja, genau. Das ist ein unglaublich gutes Wort. Spielen. In diesem ganzen Film spielt immer irgendetwas. Sei es jetzt nun der aufkommende Zweite Weltkrieg, ja, sei es jetzt eine, eine, die Liebe, sei es jetzt irgendetwas anderes. Zum Beispiel auch die Schwester von ihr, die ja im Gegensatz zu Helene, also Helene macht auch gerne Party, aber Helene wird ja zum Beispiel auch auf einer der Party von einem dieser Freunde der Tante relativ, ja, stark sexuell bedrängt. Und man sieht relativ schnell, Helene ist keine, die sich einfach mal so hingeben möchte, ja? Die ist schon sehr in ihrer eigenen Welt, die möchte halt, die möchte das erreichen, die Ziele erreichen, die sich gesetzt hat. Und Liebe ist für sie jetzt durchaus so ein Thema, aber dieses, sie will halt, wenn geliebt werden, aber jetzt, sie ist keine, wie soll ich sagen, sie ist keine Frau für eine Nacht, so blöd das klingt. Ja, und sie will nicht irgendjemanden haben, sondern sie weiß schon, was sie will, also auch mit Karl, da ist sie auch, die beiden kommen ja dann auch zusammen, hier Spoiler, und da lebt sie sich auch recht frei, auch körperlich, sie ist sehr stolz auf ihren Körper, beziehungsweise sie schämt sich nicht, so ist sie auch aufgewachsen, sie wurde im Buch auch sehr oft gezeichnet, abzeichnet, und sie möchte sich nicht einfach irgendjemandem hingeben, sondern sie ist eine moderne Frau, die ihre Lust auch ausleben kann und möchte, aber eben nicht mit jedem. Ja, das Problem ist halt, dass sie eine moderne Frau ist, in einer Welt, die geleitet wird von gestrigen Männern, so kann man es glaube ich auch ganz beschreiben, und ihre Schwester Martha, sie ist ja älter, aber da merkst du auch so, okay, die ist vielleicht ein bisschen zu sehr den Drogen hingezogen, ja, das ist auch sowas, was spielt, dieser ganze Film, ich liebe das Wort gerade, die hat etwas Schwelendes, du wartest immer, dass irgendwann es brennt, und es brennt auch einige Male, aber das perfide an diesem Film, ist wie ich finde, dass er so sich die ganz große Feuersprunst echt aufspart, aber ganz viele kleine Feuer entfacht, bis es irgendwann glaube ich einfach nicht mehr geht, aber dazu kommen wir vielleicht später. Also ich fand wirklich spannend, ich glaube im Buch ist es viel eindeutiger und klarer, dass die Mutter Jüdin ist, und in dem Film ist es eben so, man weiß es nicht, ist es jetzt gefährlich, ist es offensichtlich, Moment mal, bei Juden ist es doch so, wenn die Mutter Jüdin ist, dann ist man selbst auch Jude, und welches Jahr haben wir eigentlich, würde da gleich was passieren, ist jetzt schon Zweiter Weltkrieg, und das war alles so, dass dieses Hauptthema, was ja sehr wichtig ist, klar, weil wir eben wissen, dass sie wahrscheinlich jüdische Abstammung ist, genau, das wählt sehr groß, weil wir eben gar nicht wissen, ist es jetzt schon ein Weltkrieg, oh Gott, ich weiß gar nichts. Und vor allem, er hat ja auch manchmal Zeitsprünge drin, wo du erst nach Minuten merkst, ach, wir sind jetzt drei Jahre weiter. Ach, sie hat eine andere Frisur. Genau, genau, und das ist auch was, was mir dann im Laufe der Handlung aufgefallen ist, zu Beginn, pardon, zu Beginn hat der Film ein sehr grobes Bild, sehr grobkörnig, filmkornmäßig, was ich ganz ulkig finde, weil du mir mal im Privaten gesagt hast, dass ich bei unserer Besprechung zu der Clone Tyron so geschwärmt habe vom Bildkorn, und ich wusste, ich mache mit dir die Besprechung und dann fängt dieser Film an und hat wirklich ein massives Bildkorn, wo ich dachte, also wenn ich locker das nicht merke. Doch, das habe ich gesehen, weil bei der Clone Tyron habe ich es nämlich nicht gesehen, habe ich gesagt, wäre mir überhaupt nicht aufgefallen. Ja, da ist das Bildkorn auch relativ dezent, sage ich mal, aber hier ist das Bildkorn zu Beginn halt nicht dezent, sondern es schlägt dir halt wirklich mit der groben Kelle direkt in den Sehnerv und ich muss auch sagen, das war mir wirklich too much und ich hatte am Anfang echt so die Sorge, boah, bitte sag mir jetzt nicht, dass es zwei Stunden lang jetzt dieses Bild hat, aber nein, das sind so die Vergangenheitsbilder, sage ich mal und dieses Bildkorn kommt auch immer wieder zurück und die Regisseurin Barbara Albert, die ich zuvor noch nie, von der habe ich noch nie was gesehen oder gehört, deswegen kann ich mir da nichts rausreißen, aber ich glaube, die scheint eine sehr fähige Regisseurin zu sein, denn sie nutzt das Bildformat sehr, sehr, sehr gut. Denn es ist nicht nur, dass diese Vergangenheitsszenen dieses Bildkorn haben, nein, das ganze Bildformat zieht sich auch immer mehr zusammen. Es fängt an 16 zu 9 und je weiter die Handlung fortschreitet und je enger die Welt für Helene wird, desto enger wird auch der Bildausschnitt, bis das, bis dann irgendwann, ich greife vorweg, die Geburt ihres Sohnes Peter mit ihrer, ich möchte mal sagen, unromantischen Ehe mit Wilhelm, alles nur noch 4 zu 3 ist. Und dann öffnet sich das Bild halt wirklich wieder. Und das fand ich stark. Es hat mich sehr an Dolors Mami erinnert, wo es halt auch ähnlich gemacht wird. Irgendwann habe ich gegen Ende gedacht, huch, war das Bild die ganze Zeit schon 4 zu 3? Und da habe ich es einfach gedacht, ja, wird schon, habe ich nicht drauf geachtet. Krass, das ist mir gar nicht aufgefallen. Faszinierend, subtil, wunderbar, liebe ich. Obwohl es offensichtlich an mir verloren ging, aber es finde ich ganz toll, sowas zu machen. Genau, wir waren nämlich, wenn wir gerade, du hast ja schon gesagt, ihre Ehe mit Wilhelm, wir haben ja gerade aber über den Karl geredet. Genau, der Karl ist wichtig. Der Karl ist wichtig, genau. Sie hat hier die Entfaltung, er respektiert sie, er liebt sie, obwohl es da auch ein paar Probleme geben wird. Und da ist jetzt aber, wie kann es jetzt sein, dass sie später mit einem Wilhelm verheiratet ist? Und wie kann es jetzt, es muss ja irgendwas passieren in der Story, sie kann ja nicht glücklich bleiben. So funktioniert ein Film ja nicht. Und es passiert nämlich leider dann, dass der Karl verstirbt. Es gibt, ja, er verstirbt. Und zwar habe ich mir sagen lassen, laut Wikipedia, im Buch stirbt er, weil er überfahren wird, einen Unfall quasi. Aber im Film ist es anders, nämlich wir erfahren auch so nebenbei, dass Karl kein Fan der Nazis ist, was ihn noch ein bisschen sympathischer macht. Und dass Karl anscheinend auch Jude ist, oder zumindest hat er eine vermögende Familie, erfahren wir auch nebenbei. Und bei einer, bei einer Demonstration oder bei einem Protest, beim Reichstag wird er halt erschossen. Das erfahren wir von der Nachbarin. Ja, das war auch spannend, nämlich, dass man, man wusste gar nicht seine Herkunft und dann sieht man nur einmal, wie sie die Tür schließt und dann hebräische Zeichen hinten an der Tür sind. Und da denkt man sich, oha, oha, vielleicht auch jüdisch. Und dann kommt da diese Nachbarin, die sagt, ja, hier, Karl, er wird nicht wiederkommen oder sowas. Da wird dir auch gar nichts gezeigt, kein Rückblick, kein gar nichts. Du siehst nur, wie die Nachbarin das übermittelt. Du hast dich gerade voll in diesen Karl, bist so mit dem, bist ein Sympathieträger und dann passiert das. Das ist auch interessant. Und was halt auch krass ist, bevor er stirbt, also es ist, also sie lernen sich auf sehr, ich sag mal, romantische Art und Weise kennen. Diese Art ist, diese oder die Szenerie des Kennenlernens, wie es aufgebaut ist, das könntest du so eins zu eins, auch in irgendeiner Rom-Com bringen. Ja, also es ist wirklich, die Geigen spielen, ja, und man merkt einfach, ah, da fliegen die Funken und sie, sie stehen sich auch so auf Augenhöhe gegenüber. Es gibt einen Kuss im Regen. Es macht was, was sie dann später gar nicht, genau. Also es ist von Anfang an klar, die beiden lieben sich und die beiden respektieren sich und keiner hält sich besser. Sie sind beide auf Augenhöhe. Etwas, was dann später bei Twilhelm, das ist eine andere Sache. Ja, also ich fand schon ein klein bisschen, wir haben sie ja kennengelernt und ich wusste ja eben auch, was passiert, als man merkt schon, dass sie eine Frau ist, die auch ihren Freiraum braucht. Also sie geht Party machen, ja, aber sie tanzt auch sehr gerne alleine, ist auch gerne alleine draußen, liest es einfach gerne für sich und klar, sie trägt ja auch dieses, schon jetzt dieses Trauma mit sich, dass ihre Mutter sie nie lieben konnte und sie einfach nur als, keine Ahnung, als Zecke bezeichnet und dass sie diese Beziehung zu ihrer Schwester weiß man auch nicht, ob das jetzt gesund ist oder nicht und da wird schon, da dachte ich schon, als er macht ihr einen Antrag und sie sagt, ja, du wirst mein Einziger bleiben, das war mir ein bisschen zu, das fand ich nicht mehr ganz so glaubwürdig, wenn man das denn nennen, sagen möchte. Ja, ja, stimmt schon. Was ich aber auch ganz interessant fand, ist eine Sache und zwar, sie wird ja schwanger von ihm und sie treibt das Kind ja ab, ihre Tante und ihre Schwester hält mir dabei und sie sagt ja ihrem Karl, ich bin auf Kur und komme dann wieder und dann kommt sie wieder und gesteht ihm aber relativ schnell, dass sie halt abgetrieben hat und er findet das nicht so cool, aber ich fand es total erfrischend, wie das dann aufgelöst wird, weil es ist dann, er ist halt sauer und ich dachte, okay, jetzt kommt dieser Streit, das ist der Grund, warum sie sich trennen und dann geht alles den Bach runter, aber es kommt hier anders. Also er sagt dir ganz klar, pass auf, ich finde das echt scheiße, weil es gehören ja zwei dazu, aber er, ich sag mal, in Anführungszeichen, verzeiht die ja auch relativ schnell wieder und das fand ich, also ich habe damit nicht gerechnet, ich dachte halt wirklich, okay, jetzt ist halt das, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt geht es abwärts. Ging es dir da eh nicht, dass du da überrascht warst oder wie deutest du seine Reaktion? Also erst mal habe ich ja die ganze Zeit gewartet, okay, von wem hat sie denn das Kind, von dem ich ja wusste, dass es kommen wird, deswegen war das für mich interessant, dass es wirklich dann abgetrieben wurde, ich habe dann ein bisschen darauf gewartet, dass es vielleicht doch nicht passiert ist, aber ist es ja dann und das war für mich dann nicht ganz so unerwartet wie für dich, aber rückblinkend zeigt ja dieses, wie er damit umgeht und wie er dann eben sagt, Moment, da gehören zwei dazu, wir sind beide für dieses Kind verantwortlich, zeigt ja auch den starken Kontrast zu dem, was ihr später dann passieren wird. Ja, ja, übrigens, das ist mir dann auch rückblickend aufgefallen, das Kontrast oder einfach gegenüberstellen, es gibt so viele Szenen in diesem Film, die du dann in ähnlicher Form nochmal siehst, nur halt eben dann anders, also zum Beispiel, du hast gesagt, es gibt die Tanzen, es gibt auch eine Tanzszene dann später bei ihrer Hochzeit mit Wilhelm, die komplett das Gegenteil ist von dem, das gleiche gilt für den Sex, es gibt ja in diesem Film, ich glaube, zwei, drei Sexszenen, eine sehr romantische, sehr intime, sehr zärtliche Sexszene, sehr auf Augenhöhe, auf Augenhöhe, genau, und eine, das ist keine Sex, das ist eine Vergewaltigung, sagen wir mal wie es ist. War ja erlaubt, bis in den, keine Ahnung, bis wann war es erlaubt, in der Ehe seine Frau zu nehmen, wo sie nicht wollte, bis in die 90er, bis in die 2010er, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sehr lang. Ja, viel zu lange, viel zu lange, ja. Und das fand ich auch stark, dass so viele Szenen es gab, die so, ja, ich nenne es nochmal Gegenüberstellungen waren, aber auch da der Film, der nicht so Piedetrand mit dem Zeigenfinger draufdeutet und guckt, guck hier, hier wie damals gerade eben, oder wie gerade eben, das tut er auch nicht. Also, es ist vermoos, fällt mir gerade auf, wie toll ich das finde. Es tut mir leid. Es ist gerade eine, ja, ihr seid gerade dabei, wie ich eine Erfahrung erlebe und einen Film irgendwie noch ein bisschen mehr verstehe, als von vor zehn Minuten. Aber gut, wir haben noch einiges vor, glaube ich, denn Karl, wir haben es schon erwähnt, stirbt. Er wird ermordet, also nicht ermordet, also bei einer Demonstration erschossen und sie packt dann seine Sachen zusammen und ich dachte zuerst, sie wirft jetzt alles weg und das hat sie vermutlich auch getan, aber sein Hemd behält sie ja. Also sie, sie packt in sein Hemd ein paar Sachen rein, auch Bücher, die liest sie ja auch im Verlauf des Buches noch, genau. Achso, siehst du mal, dann habe ich das falsch gesehen. Genau, sie legt ja sein Hemd aufs Bett, dann packt sie ein paar Sachen ein und dann packt sie das Hemd wie ein Bündel zusammen, also sind zwei, drei, fünf Sachen und das Buch, was sie dann liest, wo sie immer die Füße in die Fußwanne macht, ist ja von ihm, mit seinen Notizen. Ja, okay, aber es ist ja auch schon alleine stark. Ich meine, sie erfährt, dass ihre große Liebe, den sie eigentlich wahrscheinlich bald heiraten wollte oder mit dem sie eine Familie gründen wollte oder mit dem sie glücklich sein wollte, kürzen wir es ab, dass der Tod ist und sie bricht nicht zusammen, sie weint nicht, also sie bleibt sehr klar bei sich und das fand ich, also ich fand es echt stark, dass der Film oder die Geschichte dieser Figur diese Größe lässt, einfach zu sagen, ich bin jetzt traurig, aber ich habe ein Ziel vor Augen, weil es geht hier auch immer noch um mich, das ist immer noch mein Leben. So wie ein anderer Film, jetzt ist nicht die Zeit zu weinen, die kommt erst später. Genau. Ja genau, das fand ich auch toll und zwar auch, weil mir das auch tatsächlich ein bisschen realistischer erschien, als manchmal dieses Zusammenbrechen, also diese Menschen gibt es auch, aber ich kenne es auch von mir, dass ich in Situationen, wo ein Schockmoment passiert, erst mal sage, ja okay, ist jetzt so, wie komme ich damit klar und dass das dann, jetzt kommen wir wieder schwelen, dass das dann aber viel länger in mir schwelt und ich auch ewig brauche, um das zu verarbeiten und da konnte ich mich mit ihr und das ist nur ein Punkt, wir werden noch auf viele weitere kommen, mit ihr sehr gut identifizieren oder viele weitere, mindestens einen, dass sie, dass eben in dem Moment handelt sie ganz logisch, aber man merkt ja dann, dann haben wir auch einen Zeitsprung, dass sie über ihn nicht hinwegkommt, lass es fünf, sieben Jahre sein, die dann vergehen sozusagen. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, also Vergewaltigung in der Ehe ist erst seit dem Mai 1997 strafbar. Uh, das ist, ja, ja, das ist halt, das ist scheiße. Also, was kann man da sagen? Zurück zum Film. Zurück zum Film. Okay, wir können zu Wilhelm springen. Wir kommen jetzt zum Wilhelm-Akt. Wir können zu Wilhelm springen, genau. Ich wollte noch irgendwas Schlaues sagen, aber jetzt hast du mich damit ein bisschen schockiert mit dem 1997. Oh nein, du wolltest was Schlaues sagen zu, okay, ich weiß nicht mehr, über was du gerade geredet hast. Vermutlich war es gar nicht so schlau. Ah ja, mit dem Schock verarbeiten, genau, wie sie da, dass sie die Größe hat und dass sie für sich selbst, genau. Genau, ich finde es halt einfach toll, dass der Film ganz oft gar nicht versucht, Empathie zu erbetteln. Dass er das so ein bisschen, also, dieses Wort habe ich jetzt auch schon dreimal gesagt, dass es so organisch entsteht. Es ist kein Film, finde ich, der dem Zuschauer oder Zuschauer oder dem Publikum allgemein sagt so, guck mal, es ist traurig, jetzt sagen wir bitte, auch du traurig. Der ist relativ, also er ist von der Inszenierung auch sehr nüchtern, würde ich sagen. Es ist nichts Marktschreierisches. Es ist kein Film, der um Aufmerksamkeit bugelt. Der ist sehr klar inszeniert. Also klar, er hat diese Sache mit dem Bildformat und ab und zu gibt es halt diese grobkörnigen Rückblenden und diese Sache mit dem, also wo sie bei diesen Bauern ist und nach ihrem Sohn sieht, das wird auch immer wieder so punktuell hineingestreut, aber an und für sich ist es ein wirklich sehr cleaner Film, der gar nicht erst versucht, irgendwie mit lauten Gesten und Getöse Empathie einzufordern. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Man könnte vielleicht kritisieren, dass manche Figuren sehr platt geschrieben sind, um eben eine bestimmte Persönlichkeit zu zeigen, aber ganz oft, es gibt ja auch einfach Menschen, die so sind. Ja, und wobei, eins finde ich auch, ich finde, der Film ist halt sehr deutlich komplett aus ihrer Perspektive erzielt. Alles, was passiert, sehen wir halt aus ihrer Perspektive und vielleicht nahmen sie einfach diese Leute so wahr. Das kann natürlich auch sein. Übrigens, können wir mal drauf zu sprechen kommen, ich weiß nicht, die Schauspielerin, die Helene spielt, Mala Emde. Großartig. Großartig. Mala Emde. Die hat mich sehr an Florence Pugh erinnert, vom Gesicht her und auch irgendwie von der Rolle vielleicht, also sehr leidend, so ein bisschen in hier halt Midsommar. Ist ja auch ähnlich emotional, was heißt ähnlich emotional, ist es auch emotional, Beziehung und die hat wirklich sehr gut, also in der ersten Szene nicht, wo man kurz klarkommen musste, dass hier wieder Theaterdeutsch gesprochen wird, aber dann wurde es immer besser. Ja, also ich muss sagen, dieses Theaterdeutsch, wie du es nennst, ist halt glaube ich, mit einer größten Hürde, dieser Film hat und wenn man da nicht drüber springen kann, dann wird dieser Kinobesuch, glaube ich, 135 Minuten Folter sein, da finde ich ganz ehrlich, aber sie ist halt wirklich toll und ich habe mir jetzt mal angeguckt, wo sie mitspielt und es gibt wohl eine Comedy-Serie auf Wow oder Sky, die heißt Oh Hell oder so, die werde ich mir bei Zeiten mal angucken, weil ich fand sie wirklich toll, sie ist mir vorher noch nicht aufgefallen, aber merkt euch den Namen Maler Emde, ich sag dir eins, das Mädchen hat mal Karriere, ich fand sie auch richtig und auch hier, der Wilhelm spielt, Max von der Gröben, den kannte ich wie viele andere, nur aus Fuck You Goethe, ganz ehrlich, ich will nie, also nichts Böses gegen Max von der Gröben, ich finde, Fuck You Goethe finde ich schrecklich, aber das ist halt ein Sprungbrett auch und ich finde, er hat auch schon Sachen gemacht, wo ich sage, ey, der war richtig gut, aber lieber Max von der Gröben, wenn du das hörst, es tut mir leid, ich sehe dich, ich sehe deinen Namen und ich muss immer an deine Mutter denken und Rieke von der Gröben, die bei RTL aktuell seit gefühlt 30 Jahren in Sportmodus ist, es ist leider so, es tut mir leid. Das habe ich zum Glück nicht auf dem Schirm, aber hier, wenn wir hier gleich zu dem Wilhelm-Akt in mehreren Sinnen kommen, ich fand auch vor allem, Der Wilhelm-Schrei, ja. Ah ja, passt ja zu unserem Intro, vor allem auch, weil ich ihn eben als Fuck You Goethe als letzte Erinnerung hatte, fand ich den Kontrast so krass, und auch er spielt meines Erachtens die Rolle, die er hat, sehr gut. Sie fängt ja auch an damit, das passt auch zu diesem Schwel-Moment, die dieser Film hat, sie arbeitet im Krankenhaus, wir kriegen mit, dass sie eben über Karl nicht drüber wegkommt, dass sie noch drunter leidet, dass jetzt erfahren wir auch, dass es jetzt ein Problem ist, dass sie einen Aria-Nachweis erbringen muss, also dass es jetzt, dass es jetzt auch konkret wird und dass sie das nicht gebracht hat bis jetzt und da lernt sie eben diesen Wilhelm kennen. Wir sehen ihn als Patienten und das fand ich dann auch interessant, wie wir Wilhelm kennenlernen. Wir lernen ihn aus ihrer Sicht als Patienten kennen, der sie toll findet und sie direkt anbaggert auch. Ja, also am Anfang, also es ist ja wirklich so, sie weint und raucht eine, dann macht er die Tür auf, weil er das Klo gesucht hat und dann, das ist auch wieder so ein Anfang so aus, auch wieder so Romcom-mäßig, ja, so Hochschuldigung, falsche Tür, ne, und man merkt schon, okay, da wird noch irgendwas passieren und zumindest bei mir war es so, am Anfang dachte ich so, ah, das ist ein netter, feiner Kerl. Ja. Ja, und dann beginnt er sie halt zu bezürzen, wo es dann bei mir auch so dachte, ah, ich möchte ehrlich sein, ich merke hier eine Sache ganz deutlich und zwar, er findet sie geiler, als sie ihn. Genau, kann ja auch sein, dass sie sich erst öffnen lernen muss, keine Ahnung, aber man merkt schon, sie findet, vielleicht, vielleicht schützt sie sich auch noch, weil sie eben nicht nochmal das Gleiche erleben möchte. Ich war da noch ein bisschen, war offen noch, ja. Ja, sagen wir wie es ist, er ist halt Lord Friendship zu dieser Situation, ja, und ich finde es tatsächlich ganz interessant, dass ich bei dieser Figur dachte am Anfang, ja, der ist halt nett, ja, aber ob das, ich glaube nicht, dass es was wird und der nimmt ja dann nachher so eine, nicht Wandlung, aber wir lernen ihn halt dann richtig kennen und es sind so viele Sachen so nach und nach, wo du merkst, der kommt auch aus einer ganz anderen Welt. Ja, aber es war kohärent, also es war nicht so plötzlich, so die Story brauchte es, sondern es war, es ist wie immer, du lässt ja einen Menschen kennen, du siehst ja nur Teile von dem, du lädst auch Bilder auf den anderen Menschen drauf, von denen du hoffst, dass er so ist und das fängt ja aber bei ihm schon so an mit diesem Schwelenwillen, in seinem Patientenoutfit kennen und plötzlich sehen wir, oha, dieser Mann in einer Szene, er trägt Uniform und da fangen wir jetzt ja schon so langsam an seiner Gutmenschlichkeit zu zweifeln an. Ey, ganz ehrlich, es gibt eine Szene, die fand ich echt stark, also er bezürzt sie halt, er geht mit ihr Flugzeuge schauen und es gibt hier so einen Vortrag über Flugzeuge, wo man auch merkt so, okay, sie findet das komplett uninteressant, ja, weil sie ist halt mehr so, Sie ist Geisteswissenschaftlerin. Sie ist Geisteswissenschaftlerin. Genau, Geisteswissenschaftlerin und er ist halt, er ist fürs Grobe, aber er versucht, er gibt sich Mühe, also man muss wirklich sagen, ich finde, er gibt sich Mühe und dann schafft er es, er ist ein bisschen penetrant, vielleicht ein bisschen zu penetrant, man kann gerne auch darüber streiten, ob der auch da schon grenzüberschreitend ist. Ja, aber Karl war auch penetrant, aber er hat sie irgendwann respektiert, glaube ich, genau. Aber Karl war kein Nazi. Und dann versucht er sie halt zu überreden, am Wochenende was zu machen und dann sagt sie, nee, ich muss meine Mutter besuchen und dann geht er halt mit ihr mit, die Mutter besuchen und die Mutter ist mittlerweile in einem Heim und auch da erfahren wir so, auch so nebensächtig, okay, sie untersuchen gerade, was hat Geisteskrankheit mit der Rasse zu tun? Spoiler, gar nichts, aber das ist, das denken die natürlich anders und dann gibt es danach die Szene, dass er sie weiter bezirzt, wo sie eigentlich schon dachte, okay, er lässt mich halt im Stich, weil er jetzt rausgefunden hat, ich bin halb Jüdin und dann gibt es diese schöne Szene, wo er sagt, so hör mal, ich, wenn man den, deinen Kopf vermessen würde, dann wäre, dann wäre er, du wirst ja gar keine, du siehst ja gar nicht aus, wenn er die Jüdin, das macht doch überhaupt keinen Sinn und da dachte ich mir, oh, okay, also ist es vielleicht so, dass die Liebe, die er für sie empfindet, stärker ist, als die Ideologie, die er geil findet. Spoiler, nein, aber das war so ein Moment der Hoffnung. Ja, er gibt ja dann auch, ja, verstehe ich genau, also wir wissen immer noch nicht genau, erst mal, es ist ein feiner Kerl, ach nee, Uniform, ah, er ist, man merkt, er ist ein bisschen zu penetrant, auch, dass er eben, sie sagt ja eigentlich, sie will nicht mit ihm zur Mutter fahren und er geht ja einfach mit, übergeht sie einfach und dass er dann ihr auch, er besorgt ja dann noch einen Pass und eine neue Identität und nennt sie dann auch Alice dann, Alice, Entschuldigung, und sie sagt ja auch, bitte nenn mich doch Helene im Privaten, aber er besteht darauf, nee, du bist jetzt mich Alice, womit er auch verleugnet, er verleugnet ja einen riesigen Teil von ihr, er will es ja verdrängen, dass er sich in eine Jüdin verliebt hat, also das sagt, er redet sich ja auch selbst ein, du siehst gar nicht aus wie eine, damit es mit seinem Weltbild noch zusammenpasst. Im Prinzip versucht er sich halt auszulöschen, er versucht sie halt zu dem zu machen, was sie nicht ist, nämlich eine Frau, die er liebt, aber, oder das, also die Version, seine Version einer Frau. er macht ja auch direkt einen Anfang und sie sagt, du kennst mich doch gar nicht und dieses romantische, ich meine, das passiert ja oft, man kennt einen anderen Menschen doch ganz lange gar nicht und dann kommt ja auch, sie heiraten ja auch dann und sie erklärt ja auch ihrer Familie, ja, das ist gut, dass ich den heirate, da bin ich ja auch geschützt und alles und bliblablub und das denkt sie wahrscheinlich auch und wir denken das vielleicht auch und wir sehen ja schon beim Hochzeitstanz, den du vorhin erwähnt hast, von weitem dachte ich, ah, die tanzen ja zusammen, vielleicht klappt es ja doch und dann sieht man ihr Gesicht dabei oder wie hast du das empfunden? Nicht das Gesicht allgemein, du hast sie halt vielleicht eine Stunde vorher in dieser Wohnung tanzen sehen zu Musik, es war so Jazz, ja, da war Swing drin, da war ein Groove drin, da war Bewegung, da war Leidenschaft, ja, da war es so, dass irgendwie gefühlt jeder Schritt was aussagte, jeder Schritt war so ein Gefühl von Freiheit und von ich fühle mich gut und dann hast du jetzt diese Szene, ihren Hochzeitstanz, eigentlich ein total wichtiger und intimer Moment, den verbringt sie in der Scheune bei total einschläferner, ich sag's mal grob, so 30er Jahre Volksmusik, Schlagermusik und es wird so getanzt, dass auch überhaupt gar nichts an Gefühlen drüber kommt, gar keine Emotionen, das ist einfach so ein Abspulen eines Bewegungsmusters, aber es hat nichts mehr von diesem Freiheitsgefühl, das fand ich eine unglaublich starke Szene, halt eben in der Gegenüberstellung, im Kontrast zu dem, wie sie halt in Berlin getanzt hat. Früher war sie in Berlin, in der Wohnung und jetzt ist sie in der Scheune. Ja und auch dieses Gegenüberstellen, danach kommt ja die Hochzeitsnacht und wir haben ja schon gesehen, wie sie mit Karl sehr passionierten und auch selbstbestimmten Sex hat und jetzt kommt halt die klassische Hochzeitsnacht, in der er einfach nur schnell einen wegstecken will sozusagen, aber auch ein bisschen Rücksicht auf sie nimmt, er denkt ja, was ich dann auch, nee ich sag's noch nicht, genau, also er hat ja schnell einen Sex mit ihr, gefällt ihr nicht und sie sagt ihm dann irgendwann, komm ich zeig dir, wie es mir gefällt, das fand ich auch richtig toll, auch sehr modern, dass sie eben sich auch traut, weil sie merkt ja schon bei ihm, sie kann nicht so ganz aus sich raus, wie sie das früher konnte und muss sie ein bisschen zurückhalten und sie weiß ja auch, dass sie ihm was schuldig ist jetzt für immer und sie geht diesen Deal trotzdem ein, das ist auch eine interessante Situation und dann wird ihm ja so langsam erst klar, dass sie gar keine Jungfrau ist und er wird dann richtig wütend auf sie und sagt, du hast mir vorgespielt, dass du eine Jungfrau bist, was sie nicht hat und hast mich, ich hab dich ganz lange nicht geküsst deswegen und es war einfach nur, weil sie eigentlich nicht wollte und da merkt man schon, okay, hier ist, das passt gar nicht zusammen. Aber, was auch interessant ist, ist ja, sie haben dann Sex und es ist halt, also, es gibt diese schöne Szene in Transporting, wo der besoffene Spot von seiner Freundin gesagt wird, wir können ja Sex haben, sogar Standardsex und das ist es halt, es ist wirklich Standardsex und sie versucht ihm ja noch zu zeigen, hör mal, so hab ich es gerne, lass uns doch mal so versuchen, also sie gibt ihm ja die Chance, ich sag es mal, sinnlich zu sein oder sinnliche Liebe zu empfinden oder zu verführen, aber damit kommt er halt gar nicht klar. Er kennt das ja gar nicht, er weiß das ja nicht, er sagt ihr ja im ersten, guck mal, ich zeig dir, wie es funktioniert und das zeigt ja auch dieses krasse Bild damals, dass sie Ahnung hat und überhaupt weiß, wie viele Frauen haben nie einen Orgasmus in ihrem Leben, weil sie gar nicht wissen, was ihnen gefällt und dass sie das schon kann, es zeigt ja schon, wie sie aus der Zeit teilweise fällt, beziehungsweise wir wissen nicht, wie viele Frauen damals aus der Zeit gefallen sind, weil wir eben nur dieses klassische Bild und diesen klassischen Rahmen mitbekommen. Ja und tatsächlich war dieses, zuerst, ich muss, da muss ich ehrlich sein, ich hab wirklich am Anfang geschmunzelt bei dieser Szene, weil ich dachte zu Beginn, okay, der kennt das einfach nicht und dem ist es einfach so ein bisschen, er schämt sich auch vielleicht ein bisschen, ja, er fühlt sich unwohl, aber dann, wenn dann wirklich, wo er wirklich ausrastet, dass sie halt, wie, du bist doch, du bist keine Jungfrau mehr und sie ergibt ihr auch gar nicht die Chance, das zu erklären. Ich meine, die kennen sich ja auch erst das Gefühl zwei Wochen, ich meine, er weiß ja gar nicht, was davor war, aber er macht ja sofort den Vorwurf, ich hab auf dich gewartet und hast du in der Zeit, wo wir uns kennen, hast du doch bestimmt schon irgendwelche Leute drangen lassen, solche Sachen kommen dann sofort und da war mir klar, der Typ ist ein Arsch. Ja und er hat, wo kommt ein Arschloch sein her? Er hat einfach kein Selbstbewusst, also er dachte, er ist der geilste Hengst und das wurde da halt, er kann ihr die Welt zeigen und das wurde da zerstört. Allein sein Gesichtsausdruck, während sie ihm zeigen will und oben sitzt, das fand ich so großartig gespielt, weil du denkst, erst kurz genießt er es, nimmt das dann so, nee, der, man konnte sein Kopfkino quasi im Gesicht sehen, wie der denkt, Moment, was passiert hier? Wie unangenehm ist mir das? So sollte das nicht sein. Ich sollte ihr zeigen, wie es läuft. Moment, was bedeutet das noch alles? Fand ich auch sehr gut gespielt. Ja, also das, das war die Szene, wo mir klar wurde, es wird jetzt richtig übel werden. Ja, genau. Also wirklich richtig übel. Und jetzt kommen wir ja eigentlich erst zu dem, da hätte der Film ja fast anfangen können, bei dieser, wie kommen die zwei zusammen, jetzt ganz blöd gesagt, weil sie, sie wird von ihm ja auch schwanger werden und das zeigt ja nochmal neben ihrem ganzen anderen traumatischen, ihrem Upbringing, ihrer, wie sie groß geworden ist, warum sie dieses Kind auch wegen des Vaters, warum es sehr schwer fällt, das Kind zu leben. Was eben wichtig ist, wir sehen dann, sie ziehen in eine Wohnung, eine relativ unspektakuläre Wohnung, auch da kann man das gegenüberstellen, wie hat sie es früher gewohnt, klar etwas schmutziger und kleiner, aber auch lebhaft, ja, da haben die die Wände gesprochen, sag ich mal, da war ja Liebe drin und jetzt in so einer ganz kargen, zwei Zimmer, Küche, lile Badwohnung, arisch-deutsch, ja, leidenschaftslos, der Mann, oder Wilhelm, hat halt den Job, verdient das Geld, sie fragt ihn auch immer wieder, ich möchte gerne arbeiten gehen, ich möchte wieder als Krankenschwester arbeiten, was auch interessant ist, dass sie früher das gezielte, ich möchte Ärztin werden und jetzt ist halt so Krankenschwester, ich möchte einfach nur arbeiten, ja, und er verweigert ihr das, also es geht ja, war ja damals so, dass ohne Unterschrift des Ehepartners oder Ehemannes war halt keine Arbeit möglich und er verweigert ihr das, weil sie muss ja hier noch was tun, dann kommt sie ja mit dem Haushalt nicht hinterher, hat sie damit nicht genug zu tun, genau. Genau, genau, und dann, wenn ich mich richtig erinnere, ist es ja so, dass er dann eines Nachts halt betrugt nach Hause kommt und ja, dann halt eben, dann soll sie halt die ehelischen Pflichten erfüllen und sie hat darauf so gar keinen Bock, was ich dann auch gut verstehe und dann gab, gibt es diesen kurzen Moment, wo sie ihm halt eben, ja, mit der Hand befriedigt und ich dachte, okay, so kriegt sie ihn halt ruhig gestellt, aber nein und dann vergewaltigt er sie und das ist jetzt keine Vergewaltigung, also es gibt keine schönen Vergewaltigungsszenen, aber es ist auch keine Vergewaltigungsszene, die extrem explizit ist, sie ist unangenehm, sie ist unschön, aber genauso müssen halt Vergewaltigungsszenen auch sein, wenn man sie zeigt, zumindest meiner Meinung nach und ich habe es so verstanden und da bin ich jetzt gespannt, was du dazu sagst, dass aus dieser Vergewaltigung auch der Sohn entstanden ist, so kam es mir vor, wie war es bei dir? Ja, du hast recht, man weiß es nicht genau, also ich würde jetzt mal einfach annehmen, dass wir wissen ja nicht, wie lange die zusammen sind, weil wir ja keine Jahreszeiten haben und es kann natürlich sein, dass diese Vergewaltigung oder so eine Situation noch viel öfter passiert ist, im Buch wird sie auch noch öfter auch von anderen vergewaltigt, was im Film gar nicht gezeigt wird, deswegen, ich glaube, der Film möchte uns das zeigen, ja, wir sehen aber danach auch, wie sie versucht, dieses Kind alleine loszuwerden und ich dachte, es sei ihr geglückt, in der nächsten Szene sagt sie mir aber, sie sei schwanger, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie es öfter schafft, abzutreiben selbst und es dann aber irgendwann eben nicht klappt und dass es gar nicht unbedingt in der Szene dann passiert ist. Ja, ich glaube, wo wir uns einig sind, ist, dass dieser Peter, es ist kein Kind der Liebe, so hart es klingt, es ist es einfach nicht. Ja, ich habe ja auch den Dialog in der Szene, als sie rüber, weil ich es so bezeichnet fand, wie Wilhelm mit ihr redet, als sie ihm sagt, dass sie schwanger ist, sie sagt zu ihm, du hast das Kind auch gezeugt, Wilhelm, sagt er, das behauptest du, wer sagt mir, dass du nicht noch mit anderen schläfst, ich sag dir was, Alice, es ist mein Recht, hörst du, mein gutes Recht, dir beizugehen, du hast es doch auch genossen, gibst zu, aus dem hat niemand gesagt, dass du dabei schwanger werden sollst. Toll. Ja, ich wiederhole das noch mal ein Arschloch, also Max von Röben spielt das auch, also ich habe den Typen gehasst, also wirklich, ich dachte, das Kind. Aber vielleicht ist es ein Mann seiner Zeit, also das ist vielleicht sein Bild und er konnte gar nicht, also ich weiß da auch nicht, was kam zuerst, das ist, das ist wirklich, also das ist ein Typ seiner Zeit, das ist ein Paradebeispiel dafür, wie es wahrscheinlich nicht nur in dieser Wohnung abgegangen ist, sondern in vielen anderen auch. und das ist auch, also wie gesagt, das ist auch dann der Moment im Film, wo der Bildausschnitt wirklich nochmal enger wird und der wird dann auch einmal enger, nämlich wenn der Sohn dann auf die Welt kommt und alleine die Szene, wie sie das Kind bekommt, ist halt, also sie liegt da und presst und ich hatte das Gefühl, weil die Hebammen sagen auch, jetzt nicht pressen, nicht pressen, aber sie macht trotzdem weiter, so ein bisschen, so nach dem Motto, ich will es loswerden, ich, so auch, also als, ja, Selbstbestrafung ist es, so kam es mich vor, aber, also da muss ich, ich hatte das Gefühl, ja, da muss ich auch Erfahrung, ich habe ja schon zwei Kinder aus mir rausgeprenzt, also es ist tatsächlich so, dass, ähm, du hast irgendwann die Presswehen und es gibt einen Moment, wo du nicht weiterpressen, du möchtest weiter, weil du gerade krasse Schmerzen hast, aber die Press, die Wehen kommen ja in Wellen und die Presswehen sind dann gerade nicht da und dann passiert es schon öfter, dass dir jemand sagen muss, du darfst jetzt gerade nicht pressen, sonst reißt du und das sagen sie ja auch, und, ähm, das war bei mir auch, also es war irgendein Moment, wo der, der Kopf, der war schon halb draußen und es hat wirklich, das war der Moment, der am allermeisten wehgetan hat, stellt es euch vor und ich durfte aber nicht pressen. Lieber Nachwuchs von Schlogger, wenn ihr das eines Tages hier hört, das hat die Mama für euch getan. Genau, also ich sage das mit voller Liebe, es ist, ich hoffe, ich habe keine Privatsphäre-Verletzung hier, ich sage auch nicht, welches Kind das war und, ähm, in dem Moment durftest du nicht pressen, weil eben die Presswehen nicht da, ich weiß jetzt auch gar nicht den genauen Grund dafür, wahrscheinlich, weil es einfach sonst nicht so gut funktionieren würde und das ist schon realistisch dargestellt und das passiert auch, möchte ich auch kurz, in dieser, ab diesem Moment, in dieser ganzen Ehe haben wir, das sage ich später, aber diese, diese Geburtsszene, viele Frauen empfinden bei der Geburt so eine krasse Desillusionierung und so eine, so ein Gewaltsverlust, ich meine, da ist es noch extremer, weil sie ja richtig blöd angepflaumt wird, aber du wirst auch heute noch, du wirst auch heute noch irgendwie unterbewusst angepflaumt, warum du nicht dein Kind richtig stillen kannst, du wirst einfach, du kriegst das Kind und dann gehen alle, du kriegst einfach einen Kaiserschnitt aufgeschmissen, also dieses Ohnmachtsszen, ab diesem Moment mit der Ehe war es für mich so stellvertretend für die Frau damals, aber auch ein bisschen für die Frauen heute, die mit Kindern alleingelassen werden für die Geburt, das war ein Riesenthema, in dem ich dann sofort richtig krass drin war. Ja, also, ich verstehe das schon, aber es kam mir halt eigentlich echt so vor, dass sie irgendwie, also, ich habe keine Kinder, ich werde auch nie ein Kind austragen, dafür fehlt mir einfach die Gebärmutter, aber irgendwie, wenn sie da lag und dieses Kind so rausgepresst hat, es wirkte für mich halt wirklich schon so wie ein Vorbote, dass es halt echt schwierig wird mit Mutter und Kind und ich möchte der Mutter da auch gar keine Schuld geben, denn wir haben halt gesehen, woher sie kommt und was sie alles durchgemacht hat und es wird halt nicht besser jetzt. Und das Krasse ist ja auch, der Vater ist ja gar nicht da und es wird noch krasser, denn dann gibt es danach die Szene, wo sie da alleine auf diesem Tisch liegt, sag ich mal und dann kommt die Schwester mit diesem Kind und die Mutter weiß doch nicht mehr, ob das Kind lebt. Also, die nehmen ihr es weg und das schreit halt nicht. Also, ich dachte auch, jetzt kommen die hier jeden Moment rein und sagen, ja, tut mir leid, Frau Seymisch, aber ihr Kind ist tot. Kommen sie morgen wieder, dann kümmern sie sich den Rest. Aber nee, sie geben ihr dann dieses Kind und sie ist auch ein bisschen, ja, nicht entsetzt, aber überrascht, dass es ein Junge ist. Sie dachte, es wird ein Mädchen, ja, hat sie irgendwie angenommen. Und das Erste, was diese bösartige Krankenschwester ihr sagt ist, ja, ich weiß ja nicht, ob das mit den Brüsten klappt, weil halt eben die Helene keine große Oberweite hat. Und dann wird sie noch gefragt, wie soll er denn heißen und Helene ist so, ja, Peter, vielleicht den Namen kann man ja noch später noch umändern. Und dann ist hier schon klar, so Gott, es ist Mutter und Kind steuern gerade auf einen echt tiefen Abgrund. Ja, aber es ist so, ich weiß, das ist vielleicht schwer nachvollziehen, aber vielleicht reiche ich irgendwelche Mütter, die das hier hören. Du kriegst das Kind, Stillen ist überhaupt nicht so leicht, wie man denkt. Es tut auch total weh am Anfang, die ersten Wochen lang. Hast du dann diese krassen Brustentzündungen, auch wenn du Pech hast und sie werden sowieso, also alles, es wird sehr unschön, unschön, Punkt. und dann, dass das Kind weggenommen würde, das war ja auch früher, passierte ja einfach so, da lagen die doch, was man so kennt, auch aus Cartoons, in diesen großen Räumen lagen dann deine Kinder in diesen tausend Betten drin und erst heute passiert ja das Bonding, dass dir erstmal direkt nach der Geburt das Kind auf die Brust gelegt wird, damit der Haut Kontakt ist und es ist ja noch gar nicht lang gang und gäbe. Also es war ja wirklich, das ist nicht einfach, um zu zeigen, okay, die Welt, die Zeit da war krass, bestimmt auch, aber das ist einfach saulange noch so gewesen und ich fürchte, es fühlt sich für viele Frauen auch heute noch so an, auch mit dem Stillen. Also es ist so, es war bei mir zum Beispiel so, dann kam eine Krankenschwester rein und die eine erzählt ihr das über das Stillen, die nächste erzählt ihr was anderes, du bist völlig verunsichert, weil du einfach keine Ahnung hast, wer jetzt recht hat. Naja, das ist ein großes Fass. Also Verunsichert ist ein guter Stichwort, denn wer gar nicht verunsichert ist, ist dann Wilhelm, der dann irgendwann auch mal kommt. Also da ist Mutter und Kind aber wieder schon zu Hause und also da haben wir auf jeden Fall einen Zeitsprung und wir wissen nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Okay, am Kind können wir jetzt ein bisschen ablesen. Ja, aber es waren, glaube ich, was würdest du schätzen? Du meinst Tage oder Wochen? Vielleicht zehn Tage oder so? Zehn Tage oder vier Wochen? Kann auch sein. Also ich hatte auch so zwei, drei Wochen geschätzt und allein, dass der Vater erst nach drei Wochen sein Kind besucht oder überhaupt nach Hause kommt und dann, das Kind schreit halt viel. Also ich hatte das Gefühl, ist das noch eine passende Bezeichnung? Schreikind? Ist das noch so aktuell? Schreikind gibt es noch, aber Schreikind ist tatsächlich nur, wenn dein Kind an drei Tagen der Woche drei, Moment, das war irgendwie so mit drei, 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 an drei Tagen der Woche durchgängig schreit, in drei Wochen des Monats irgendwie, also richtig lang. Also das ist noch kein Schreikind, was wir da sehen. Okay, jedenfalls ist das Kind sehr mitteilungsbedürftig, nenne ich es mal, aus welchen Gründen auch immer. Ja, weil es das nicht kriegt, was es braucht. Genau, mit dem Stillen, der Vater kommt, sagt, ja, das Lungen sind gut, das ist gut, das ist stark. Das sagt man auch heute noch. Das sagen Leute heute noch. Ja, und dann macht er sie aber wieder fertig, weil die Wohnung sich ja nicht gemacht hat. Und sie trägt ein hässliches Kleid, also guck sie dir doch an. Ganz, ja, ganz ehrlich, also Schlaugger, da muss man mal sagen, also bei aller Liebe für die Frau, aber hatte man auch recht. Also, sie kann auch, obwohl sie sich um ein neugeborenes Kind kümmern, was sie die ganze Zeit schreit und ihr die Brustwarzen irgendwie entzündet, ja, kann sie doch durch die Wohnung noch sauber machen. Und sich noch schön anziehen. Und dann kommt er auch direkt rein und sagt, was bist du denn für eine Mutter? Geil. Ja. Ey, ganz ehrlich, ich hätte dem Typen so gerne das Gesicht gekotzt. War furchtbar. Aber gut gespielt halt. Muss man ihm lassen. War die Szene mit dem Kissen davor oder danach? Die kommt danach jetzt. Okay. Also, wir sehen dann nochmal so ein paar Auszüge aus ihrem Leben und das Leben ist halt echt scheiße. Gerade halt eben wie der Gegenüberstellung. Früher und jetzt. Und das Kind hört einfach nicht auf zu schreien. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass die Maler Emly das herausragend spielt, weil ich es ihr immer abgenommen habe, sie möchte dieses Kind lieben. Und sie liebt es auch irgendwie, aber sie kriegt es nicht hin. Und dann steht sie halt vorm Kinderbett mit dem Kissen und dann ist die Frage, drückt sie wirklich? Oder ist es mehr eine Vorstellung, eine Fantasterei? Und dann steht halt eben Wilhelm hinter ihr. Die macht es wirklich. Aber ob Wilhelm da steht, wusste ich nicht. Das habe ich mir kurz vorgestellt, ob sie sich das nur vorstellt, dass Wilhelm hinter ihr steht. Aber dass sie das Kissen aufs Gesicht drückt, ich meine, diese Gefühle kann ich gut nachvollziehen, auch wenn man dem natürlich niemals, niemals nachgehen sollte. Aber es ist einfach, ein Kind zu haben und ein Kind, was schreit und dann hast du noch Brüste. Das ist einfach eine unmöglich schwere Situation sein, die so krass belastend ist. Und die Gefühle, die da dargestellt wurden, so extrem sie da auch sein mögen, konnte man bis zu einem bestimmten Grad auch nachempfinden. Also diese Verzweiflung, die du dann auch hast. Diese Szene, das war auch eine Szene im Film, wo ich wirklich laut geschluchzt habe, weil ich sie so, so stark fand. Wie sie nämlich danach das Kissen, also sie drückt es ja ihrem Kind auf den, und wie sie dann über sich selber schreit, dass sie ein Mensch ist oder geworden ist, der sowas tut und von sich selbst so schockiert ist, das fand ich so stark dargestellt. Ja, und dann kommt auch gleich der Beweis, dass sie jetzt gerade in diesem Moment vielleicht kein guter Mensch ist, aber da gibt es einen Menschen, der ist vielleicht auch ein bisschen schlechter, nämlich ihr Wilhelm. Der steht nämlich dann da und er reagiert schon ein bisschen schockiert, aber jetzt auch nicht so, dass ich dachte, okay, er geht jetzt die Decke hoch und sagt dir halt eben, ich verlasse dich jetzt mit deinem Balk, und du hast mich ja eh nicht geliebt, du hast ja eh noch andere vielleicht. Du wolltest auch arbeiten gehen. Jetzt kannst du ja, gell. Du wolltest auch arbeiten gehen. Viel Spaß. Ich kümmere mich nicht um euch, ich bin gar nichts. Also er hat ja, das erfahren wir dann später, immer noch Kontakt zum Jungen und bringt ihm auch, sag ich mal, ein bisschen, also nicht nur er, der Junge wird das auch in der Schule mitbekommen haben, aber er ist doch dafür zuständig, also auch mit dafür verantwortlich, dass der Junge dann auch später so Anti-Juden-Sportreime aufsagt. Ja, und sie tragen auch durchgängig ihre Eheringe. Also sie lassen sich nicht scheiden, das hat man wahrscheinlich einfach nicht gemacht, aber sie sind halt kein Paar mehr. Genau. Und dann haben wir auch wieder einen Sprung. Sie arbeitet im Krankenhaus. Der Junge ist mittlerweile, ja, fünf, sechs Jahre alt, würde ich sagen. Oder? Ja. Er ist in der Schule schon fünf, sechs Jahre alt. Ja, passt. Wobei, wir haben am Anfang des Podcasts ja sieben. Also ist er sieben vermutlich. Weil wir sind jetzt schundwürdig, also ich habe es so aufgefasst, so am Gegenkriegsende. Ja. Nehmen wir hin. Nehmen wir hin. Nehmen wir auch hin. Wir sollen auch nicht zu viel hinterfragen. Und man merkt, oder ich habe schon gemerkt, dass so die Beziehung zwischen Vater, ach, Mutter und Kind ist ein bisschen frostig. Sie arbeitet, er ist bei der Nachbarin, die auch, das ist auch eine Szene, die ich echt toll fand, sie kommt von der Arbeit nach Hause und steht dann vor der Tür der Nachbarin und man hört, wie die Nachbarin mit dem Jungen halt Verstecken spielt und die haben halt eine großartige Zeit und ganz, ganz viel Spaß und du merkst so in ihrem Gesicht so, zum einen, dass sie enttäuscht ist, dass sie es vielleicht nicht kann oder es ihm nicht bieten kann und zum anderen auch, hatte ich so ein Gefühl, wenn sie könnte, würde sie jetzt schon das tun, was sie später tut, nämlich ihn zurücklassen und zwar bei dieser Nachbarin. Genau und wir haben ja, warum sie dieses Kind überhaupt erst aussetzt, ist ja nicht nur, weil sie egoistisch ist und es loswerden will, sondern weil sie eben auch das Gefühl hat, sie kann ihm nicht das geben, was das Kind bereuchte und das zeigt sich in der Szene dann ja auch. Ja. Die Nachbarin, das könnte man auch kurz sagen, ist eine sehr nette Frau, so wird die dargestellt, Nationalsozialistin, hat auch einen, ich glaube, älteren Sohn, der auch relativ stolz mit der Uniform da rumgeht und dann holt sie halt ihren Sohn ab und sie macht ihn dann Bett, oder dann waschen sie sich und dann kommt halt das, wo er diesen Spottreimen sagt, dass halt Juden sind halt blöd und dann sagt er, weißt du, was Juden sind? Nein, ja, Juden sind Menschen, okay. Dann kommt der Vater nochmal, also dann sehen wir auch, glaube ich, dass der Vater ihn mal abholt und ja, und man merkt ja auch schon, dass der Junge seinen Vater schon so ein bisschen als Vorbild vielleicht sieht. Man sagt ja immer, dass Jungs so ein bisschen auch immer gucken, wie ihre Väter sind. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich eine Sache ist, weil ich hatte keinen Vater. Ja, also das ist ja ganz wichtig. Aber ich hatte, das Gefühl? Ich hatte immer das Gefühl, dass sie ein bisschen Angst hat, dass der Junge wieder Vater wird. Ja, klar, hätte ich auch. Also total. Und es ist ja ganz klar, also erst mal als Kind, du sehnst dich nach, du brauchst, das ist in deiner Evolution verankert, dass du Bezugspersonen brauchst, weil du nicht überleben kannst alleine. Deswegen schreien Babys ja auch so viel am Anfang, weil sie auch Nähe brauchen. Und es ist bei dem Kind, ist ja dann gleich, also in den ersten drei Jahren, da wird dein Bindungsvertrauen sozusagen geprägt. Und es ist bei dem Kind sowieso schon, ich weiß jetzt nicht, wie sie das dann gestillt hat weiterhin, aber ich schätze mal, es ist nicht ganz so geil. Und erst mal das, dass die Kinder sowieso aus natürlichen Gründen sich sehr an eine Bezugsperson binden, muss nicht Eltern sein. Und dadurch, dass er von der Mutter ja nicht so viel kriegt, wird er wahrscheinlich vom Vater sich was gesucht bekommen. Aber der ist ja auch nicht wirklich der Liebevollste. Und er sagt ihm ja auch so, was sie sagen wie, du darfst kein Feigling sein und musst stark sein. Und dann sagt sie auch so was wie, man kann nur mutig sein, wenn man die Angst gekannt hat und überwunden hat, so in die Richtung, ein Spruch, den sie von Karl hat. Ja. Wir sehen aber auch trotzdem, dass das Kind sehr an seiner Mutter hängt natürlich. Sie sind dann ja mal im Wald und sie versteckt sich vor ihm und überlegt sich, wie wäre es, könnte ich das Kind jetzt einfach alleine lassen und er ruft sehr verzweifelt nach ihr. Wobei diese Waldszene ist ja in der Sicht auch sehr speziell, weil sie ja damit auch mit dieser einen Angst konfrontiert wird. Und die haben wir noch gar nicht angesprochen. Sie ist ja Halbjüdin und sie hat ja diese falschen Papiere. Aber es gibt ja auch eine Szene, im Krankenhaus, wo eine Kollegin sagt, ich kenne dich doch von früher und sie hat eben das verneint. Und als sie mit ihrem Jungen da im Wald unterwegs ist und Pilze sammelt oder sucht, sehen wir auch, dass sich eine Frau im Unterholz versteckt. Und dann sehen wir auch dann später, dass in der Nähe ein Zug halt macht. Und auch da werden wir nicht genau sehen, was passiert, aber wir können uns denken, nämlich dass es ein Transportzug ist und dass der gerade stoppt, liegt vielleicht daran, weil Leute eben abgesprungen sind. und das ist schon eine sehr traurige Szene und dann sucht ihr Sohn sie und das ist halt echt hart, weil sie versteckt sich halt absichtlich vor ihm. Und da, also so blödes klingt, dachte ich, was macht sie jetzt? Was tut sie jetzt? Weil es gibt ja eigentlich nur eine Option, nämlich hier bin ich, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, so blödes klingt, sie probt ein wenig. Ja, sie merkt da schon, dass es möglich wäre, sozusagen, wahrscheinlich. Der Gedanke schwelt in ihr. Genau, ja, spielen, da haben wir es wieder. Dann haben wir mir schon klar, der Film wird wahrscheinlich kein Happy End haben, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht hast du es da dann auch langsam mit der Anfangsszene verbunden oder so? Hast du über die überhaupt nachgedacht? Also das mit dem Kind war mir dann später schon klar, weil sie ja immer mal wieder zurückschneiden, immer für so zwei, drei kurze Sekunden, wo sie dann immer dann da sitzt und dann mit diesem Bauer dann sagt so, ja, ich glaube, er wird mich nicht mehr sehen wollen oder so. Aber ja, dann ist der Krieg vorbei. Dann gibt es wieder so einen Sprung und wir sehen, es ist jetzt wirklich mitten im Krieg, denn das Krankenhaus, in dem sie arbeitet, ist quasi eine Ruine. Also überall liegen Verletzte und Tote und dann, ja, erfährt sie vom Oberarzt, der weint. Ich dachte, er weint jetzt, weil er erfahren hat, sein Sohn ist gefallen oder seine Frau ist tot, aber nein, er weint, weil wir haben kapituliert und sie, also das ist so gut gespielt, finde ich, weil sie, sie, also sie lächelt nicht, aber man merkt so, allein von ihrer Körpersprache, welche Last ihr gerade von den, von den Schultern genommen wird. Einfach so, so, also das ist wirklich der Moment, sie erfährt so, der Krieg ist vorbei und sofort ist Alice semisch tot und Helene Würzig ist wieder da. Fand ich großartig. Ja, und auch überhaupt, auch da, wie der Film erzählt, es wird nicht auf die Fresse, okay, jetzt sind die Nazis gerade am Regieren und es kommt hart auf hart, es ist einfach, es ist unbewusst da, wir sehen nur die Ehe zwischen den beiden, wo da dann die Nazis regieren sozusagen und dann ist dann plötzlich der Krieg, wir sehen ihn dann kurz als Schauplatz, wie du gesagt hast, im Krankenhaus und dann ist er auch schon wieder vorbei, also es passiert alles so im Hintergrund, was auch gut ist, finde ich. und dann gibt es eine Sache, die ich nicht verstanden habe und da hoffe ich, dass du mich vielleicht ein bisschen mir helfen kannst, sie geht ja nach Hause, dann sieht sie, dass die Nachbarin sich aufgehangen hat, da sehen wir also, okay, die Nachbarin war wahrscheinlich sehr harte Nationalsozialistin und dann ist in der Wohnung, von ihr wurde eingebrochen, alles ist verwüstet und sie findet ihren Sohn nicht und der Sohn ist dann versteckt im Schrank. Was ist da passiert? Also der Sohn war wahrscheinlich. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe einfach gedacht, dass der Sohn bei der Frau war und dann hat die irgendwann gesagt, hat erfahren, dass Deutschland kapituliert hat und hat sich erhängt, hat aufs Kind geschissen. Aber ich verstehe halt nicht, weil ihre Tür ist halt aufgebrochen und da ist halt alles verwüstet. Das habe ich nicht verstanden. Also im Buch wird sie ja auch in der Zeit von Soldaten vergewaltigt, auch in der Wohnung und das Kind guckt auch zu oder kriegt das auch mit. Okay. Genau und das heißt, dass da irgendwie sowas passiert, ich weiß jetzt nicht, wann das in dem Buch ist, zu welcher Zeit des Krieges. Vielleicht hat man da herausgefunden, es wird angedrottet, dass sie Jüdin ist. Wilhelm droht dir ja auch dauernd, dass er sie auffliegen lässt. Vielleicht hat er das ja irgendwie zu manchen Leuten, hat er sie dann auffliegen lassen tatsächlich. Und vielleicht ist das irgendwie sowas, was man nur versteht, wenn man das Buch gelesen hat, ganz gelesen hat. Ja, okay. Ja, also, ja, das, wie gesagt, das stört mich jetzt nicht, aber das ist so eine dieser Leerstellen, zu der ich noch kein passendes Gegenstück geguckt habe. Dann sagt sie jetzt zu ihrem Sohn, genau, sie sagt, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte von Helene und sie versucht, ihre Geschichte ihrem Kind zu erzählen. Es wird so gezeigt, als ich öffne mich dir jetzt, jetzt können wir frei sein. Und er sagt, oh, langweilige Geschichte. Also, so sind Kinder halt, aber es steht halt für eine Szene, wo sie dann versucht, sich zu öffnen und, ja, okay, fuck it. Ist sie selbst schuld, dass sie dich über Haustiere erzählt? muss man mal ganz ehrlich sagen. Genau. Aber ja, ich, 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 ich mache dem Jungen da keinen Vorwurf. ich glaube auch, dass sie selbst erkennt, so, okay, er ist halt nicht alt genug dafür. Es, ich, es, es geht einfach nicht. Und, äh, dann war der halt der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt. Ja, ich möchte gleich noch was dazu sagen. Genau. Nee, bitte, bitte. Und zwar haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, warum das Buch die Mittagsfrau heißt. Das Buch heißt die Mittagsfrau. Ähm, ja. Ja. Was ist dein, also es wird im Film kurz erklärt, aber ich muss sagen, das war auch so ein Titel, wo ich sage, so, für mich ist der nichtssagend. Also klar, am Anfang wird gesagt, ja, es gibt diese schlesische Geschichte von dem Feld und so und am Ende endet es auch in einem Feld, aber, ähm, das war so das, wo ich am Anfang sagte, sehr prätentiös und sehr kunstgebend. Nein, 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 Moment, ich erkläre es dir, lieber du. Okay. Und zwar geht es darum, es gibt diese Geschichte, dass, äh, zur Mittagszeit auf dem Feld, da kam eine Frau vorbei und die, ähm, hatte ich quasi, ich glaube, die Originalgeschichte, das erzählen sie, ist, dass sie dich mit einem Fluch belegt und du musst ihr dann was über, über irgendeine, über eine Handwerkskunst erzählen. Im Film, lassen sie es aber weg, da erzählen sie, dass diese Frau kommt und du musst ihr zu Mittagszeit eine Geschichte erzählen, damit du überlebst. Und das fand ich ein total starkes Bild in dieser, äh, in dieser Zeit damals, weil es wichtig ist, um zu überleben, muss man sprechen und erzählen. Und es steht für mich so, ganz übertragen, für, ähm, Therapie, also für sich öffnen, für, dass man seine Probleme, äh, dass man die nicht mit sich selbst ausmacht, also bis zu einem Grad, wo man, wo es nicht mehr geht. Und deswegen ist dann auch diese Szene, in der sie ihrem Kind sich öffnen will und ihre Geschichte will, der Moment, wo sie versucht, mit ihm zusammen zu überleben, indem sie jetzt der Mittagsfrau, also dem Kind in dem Fall, ihre Geschichte erzählen will, was aber in die Hose geht. Okay, na doch, das macht Sinn. Du hast recht. Okay, 1-0 für dich, Schlag. Nee. Die Abendfrau hat die Mittagsfrau erklärt. Wow. Nur beim Telestammtisch. Ich hab das zuerst gehört. Ähm, also, ähm, jetzt kommen wir mal zum, langsam zum Ende des Films. Ähm, denn, ich hab halt gewartet, okay, jetzt, jetzt muss noch irgendwas passieren. Weil halt eben der Anfang, also die ältere Helene, die da auf diesem Bauernhof sitzt und diesem Bauer, die die Geschichte erzählt. Und dann war schon klar, der Junge in der Scheune, der sie nicht sehen möchte, ist ihr Sohn. Ähm, und dann fahren die halt weg mit dem Krieg, äh, mit dem Krieg, sag ich schon, mit dem Zug und, äh, sie lässt ihn halt wirklich, äh, an einem Bahnhof sitzen und sagt, ich muss mir kurz was holen, hier. Warte hier. Und, äh, ja, springt dann auf eine Kutsche und fährt weg. Und, ich find's halt wirklich hart. Und ich finde, das ist etwas, also, ähm, ich kann sie da nachvollziehen, aber es ist auch eine, eine Aktion, wo ich sage, ich, mir fällt's halt schwer. Ich weiß, was du durchgemacht hast. Ich hab's jetzt gesehen. Ich weiß, dass alles, äh, was dir passiert ist, wirklich furchtbar ist. Ganz, ganz furchtbar. Ähm, und ich kann es nachvollziehen, aber. Nicht gut heißen. Ich finde halt, dass, also, das ist so die, das Paradebeispiel, viel Schmerz erzeugt anderen Schmerz. Mhm. Und, ähm, ich habe mir, sagen lassen, bei Wikipedia, dass der Sohn am Ende des Buches sie nicht wiedersehen möchte und sie auch nicht wieder sieht. Anders als im Film. Da stehen sie sich ja auf dem Feld, wie die Mittagsfrau, sag ich mal, gegenüber. Was dann, für eine Aussprache, dann kommt das, lässt der Film offen, dann blendet der Film ab, was ich gut finde. Aber ich kann es verstehen im Buch, dass er sagt, nein, ich will nicht. Das ist wieder so typisch, genau, so typisch Film, wir müssen es auf einer positiven Note enden, sonst sind alle, sonst wollen sich alle umbringen, die aus dem Kino gehen. Vor allem, du hast es ja gesagt gerade eben, im Buch ist es ja auch so, er sieht ja auch, wie seine Mutter vergewaltigt wird. Natürlich, dass er mit sieben oder acht Jahren das nicht richtig erfassen kann, aber ich glaube, dass er es jetzt mit siebzehn schon, sag ich mal, kodieren kann oder entschlüsseln kann, was das auch für die Mutter bedeutet hat. Aber, es ist so, es ist alleine, sie lässt ihn halt einfach zurück. Ich meine, sie bringt ihn noch nicht mehr zu ihrem Onkel oder so. Aber sie lässt ihn halt einfach so da. Sie hat schon die Adresse des Onkels, also sie hat da schon ein bisschen was organisiert. Ich weiß nicht, ob sie dem Onkel Bescheid gesagt hat. aber trotzdem, ja, ich habe das auch gelesen, dass sie ihrem Onkel Bescheid gesagt hat, dass im Koffer die Adresse ist. Dem Onkel des Sohnes übrigens, also dem Bruder, das von Wilhelm. Es ist fuck off, ganz ehrlich, das ist scheißegal. Du lässt dein Kind nicht einfach da sitzen. Egal, also ich weiß, diese Frau hat so viel durchgemacht, die hat glaube ich so viel Schmerz im Leib, wie ich es niemals haben werde. Ja, aber ist das Kind einfach da zurückzulassen? Und zwar in dieser Situation. Wenn sie es zum Hof gebracht hätte und gesagt hätte, und ich erklärt hätte, pass auf, Mutter geht jetzt weg, wäre ich frei damit. Aber es einfach so da sitzen zu lassen. Was könnte da alles passieren? Ich möchte jetzt nicht den Anstandsbauwauf spielen, aber wir haben Nachkriegszeit, da war noch nicht alles okay. Und ihn einfach da, diesen Bahnhof im Niemandsland sitzen zu lassen. Ich finde, Helene hat was von der Heldenfigur, für mich, auch was sie durchgemacht hat und wie stark sie auch für sich eingestatten hat. Aber ich finde, am Schluss steht diese Frau für sich ein, in einem unpassenden Moment. Und pass auf, und das ist das, was ich toll finde, ich finde das gut, dass der Film das macht, dass die Geschichte das macht, dass diese Geschichte mir sagt, das ist ein Fehler von ihr, also habe ich es auch wahr, das ist ein Fehler von ihr, das ist nicht gut, aber das macht sie auch menschlich. Ja, ja, und das ist ja, wie gesagt, im Buch steht es auf dem Klappentext hinten drauf und im Film ist das das Ende. Das finde ich so interessant, dass sie das so machen. Ja. Beziehungsweise vielleicht ist es auch total dumm, dass sie es im Buch hinten drauf schreiben und es wäre viel krasser geworden, wenn sie es nicht, aber ja, also du hast recht, sie steht einmal für sich ein und dann macht sie es aus diesem krassen Grund und sie verleugnet ihn danach ja auch. Sie sagt ja, dass sie kein Kind, und ein ganz wichtiger Punkt, bevor wir hier, weil wir ja schon so lange über diesen Film reden, den wir unbedingt noch besprechen müssen, man denkt ja, sowas passiert im echten Leben nicht. Keine Mutter würde ihr Kind aussetzen und es gibt bestimmt noch viele, viele Mütter, die die Kinder in dieser Situation als Ausweg genutzt haben. Darf ich darauf antworten? Ja, antwortet darauf, genau. Es ist, der Junge ist quasi der Vater von der Autorin Julia Frank. Der wurde von seiner Mutter wirklich in Anführungszeichen ausgesetzt. Genau, auch 1945, auch in Stettin am Bahnhof, hat sie gesagt, bleib hier, ich komme gleich und es ist genau das passiert. Ja, und weißt du, ich bin ja nicht in dieser Situation und ich möchte das jetzt auch nicht verteufeln und, aber es sind halt Sachen, die sind halt scheiße, egal wie viel du durchgemacht hast. Es gibt Sachen, die sind halt einfach scheiße und sein Kind da einfach sitzen zu lassen, ist scheiße und ich wiederhole mich, hätte sie es zum Onkel gebracht und sich da ordentlich verabschiedet, wäre es immer noch doof gewesen, aber dann hätte ich kein Problem mit gehabt. Aber jetzt hier muss ich sagen, boah, das ist so vielleicht der größte, ich weiß gar nicht, ist es der größte Moment, wo sich Schwäche zeigt oder vielleicht auch ihr größter Moment der Stärke. Ich kann es dir nicht sagen, aber das finde ich halt geil, dass ich es nicht weiß. Ja, ich versuche ja gerade wieder die Sexisten-Keule, wenn man es umdrehen würde, aber nee, das Problem ist ja nicht, dass hier ein Elternteil sein Kind verlässt, sondern wie du eben sagst, auch wie sieht das Kind da in der Gefährdung. Ich glaube, dem Film und dem Buch geht es gar nicht unbedingt darum, dass es eben die Situation ist, sondern dass es passiert, also wie die Situation ist, sondern dass es passiert. Dass eine Mutter den Krieg überlebt mit ihrem Kind und es dann aussetzt, ist eigentlich eine krasse, das ist die Frage, wie konnte das passieren? Und da können wir jetzt noch die Schleife drehen, wie konnte das passieren? Hat der Film dir das gut erzählt? Wie fandst du denn jetzt den Film, nachdem wir ihn jetzt so durchgekaut haben? Könnten wir noch einmal kurz, weil wir eh schon überlänge haben, noch ganz kurz, bevor ich die letzte Szene bespreche. Es tut mir leid, aber sie ist ja auf diesem Hof von diesen Bauern und dann gibt sie halt irgendwann, sag ich mal auf, dass der Dior noch kommt und geht und dann entblickt sie ihn aber oben auf dem Heuboden und dann sprengt er halt ins Stroh und läuft vor ihr davon und sie läuft hinterher. Und dann stehen sie sich irgendwann am Feld gegenüber und ich dachte, jetzt kommt wieder so eine Gegenüberstellung von Szene und zwar gibt es ja auch eine Szene im Feld, wo Wilhelm ihr hinterherläuft. Wo ich dann auch kurz dachte, das artet in der Vergewaltigung aus, aber es passiert dann noch nicht. Aber nein, Mutter und Sohn stehen sich gegenüber und schweigen so ein bisschen und stottern so ein bisschen und dann gibt es eine Berührung und dann ist der Film aus. Und ich weiß es, wir wissen nicht, wie dieser Typ ist, dieser, wo er wohnt, dieser Bauer. Aber so, was wir mitbekommen haben, ist es nicht die netteste Person. Und ich habe mir auch sagen lassen von Wikipedia, dass der Bauer, wo er wohnt, mit seiner Frau den Typen auch nur dulden, weil er halt was für die Arbeit macht. Und ansonsten sind sie eher so ein bisschen, ja, du frisst uns hier das Heu weg, so nach dem Motto. Ja, also wenn der Sohn es jetzt schafft, den Cyclebreaker, also diesen Zyklus zu durchbrechen, der mit ihrer Mutter anfängt, mit einem blinden Herz, das sie dann ja auch hatte ihm gegenüber, also das ist eigentlich unmöglich. Und das sieht man, es ist so ein gutes Bild, wie diese Generation beschrieben wurde auch. Ach, es ist einfach, ich muss da ans Weiße Band auch denken, obwohl es da ja um die, Oh ja, ja, exakt, genau. Ja, Weiße Band, danke, danke. Genau, weil es eben zeigt, wie Menschen so werden konnten, dass die eben die Nazis und dieses Dritte Reich zulassen konnten, in der Theorie, ganz platt zusammengefasst. Und das ist für mich, die Mittagsfrau ist für mich auch ein Porträt an Stellvertretenden für eben die Frauen, die damals gelebt haben und eben auch die Kinder, die darunter leiden mussten. Ja, und ich finde halt, und ich finde und ich möchte dieser Frau auch gar keine Schuld da geben. Ja, also ich finde halt, die Letzte ist schon einfach scheiße. Ich finde nicht scheiße, dass sie ihren Kind verlässt, ich finde es scheiße, wie sie ist tot. So, das ist hier nochmal ganz klar rausgestellt. Aber ich finde es halt auch irgendwie ganz nett, dass dieser Film schon so ein bisschen noch Hoffnung lässt, weil er eben nicht final zeigt, wie er sich von ihr abwendet, sondern dass, also sie versucht, ihn ja noch zu erreichen. Sie läuft ihm ja hinterher. Sie können ja auch sagen, ja, dann lauf. Ich meine, wenn jemand von dir wegläuft, ist es schon ein gutes Zeichen, er möchte nichts mit dir zu tun haben. Aber sie läuft ja hinterher. Wir wissen ja auch gar nicht, warum sie überhaupt da hinfährt jetzt. Also es wäre auch interessant, ob das im Buch irgendwie erklärt wird, wie plötzlich, warum sie ihn überhaupt kennenlernen will. Vor allem, sie wirkt auch, wenn sie da hinfährt mit ihrem Auto und den Handschuhen und so, sie wirkt auch so ein bisschen, also ganz ehrlich, wenn mir jemand gesagt hätte, übrigens, das ist jetzt Ärztin Würsig, dann hätte ich gesagt, okay, das ist die Ärztin, die hat es geschafft. Vielleicht ist sie wirklich ihren Weg gegangen. Wir wissen es nicht. Auch sagte auf dem Podcast, dieser Film hat Leerstellen und das finde ich gut. Aber wie hättest du es gefunden, wenn es wie ein Buch gewesen wäre, wenn wir diese Berührung gar nicht gehabt hätten, sondern sie einfach widerfährt? Verständlich. Ich hätte es sehr traurig gefunden, aber verständlich. Oder authentisch realistisch, suchte einfach so aus. Stimmt, hast du ja vorhin gesagt, genau. Und dann diese Berührung, also sie hätten sich auch nicht berühren müssen. Es war sogar noch ein bisschen positiver, als noch eine Schippe oben drauf. Ach ja, dieser Film, also. Ach, dieser Film. Also, seien wir ehrlich, liebe Schlucker, wir haben jetzt hier fast 70 Minuten oder über 70 Minuten über die Mittagsfrau geredet. Damit ist die Hälfte des Films haben wir jetzt zeitlich schon abgedeckt. Unser Fazit wird jetzt aber nicht so lange dauern. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die bis hierhin gehört haben. Danke. Es werden nicht viele sein, vermutlich die wenigsten. Aber ich hatte wirklich nach der Sichtung des Films dieses Bedürfnis, drüber zu reden. Und ich danke dir, liebe Schlucker, dass du es mit mir durchgezogen hast. Du hast ihn ja auch heute erst gesehen. Ich habe ihn am Dienstag gesehen. Wir nehmen an einem Donnerstag auf. Und ich musste danach direkt meine Mutter anrufen, weil ich ihr das Buch erst mal empfehlen wollte. Ich glaube, sie hat es sogar schon gelesen, weil wir auch über das Weiße Band gesprochen hatten. Und war auch direkt erst mal so ein bisschen, ich brauche Liebe und muss Liebe meinen Eltern geben, aus Dank dafür, wie gut ich erzogen wurde. Und dieses Wertschätzen, Och Gott, ich war einfach total, ich war noch drauf auf dem Film. Ich habe die ganzen Emotionen gefühlt. Ich war voll dabei. Ich musste ja auch schluchzen. Ich habe diese Stellvertretung für die Frauen und Mutter. Ach, es war, also ich war auf jeden Fall, mich hat er voll gekriegt, sozusagen. Okay. Pass auf, jetzt wird es Zeit halt für das Fazit. Und wir haben ja gesagt, Fazit spoilerfrei. Deswegen versuchen wir es wirklich spoilerfrei jetzt zu halten. Möchtest du anfangen? Kann ich gerne machen. Mein Fazit ist, ich glaube, wenn man über dieses Theaterdeutsch, was du ja auch gesagt hast, hinwegsehen kann, ist es ein sehr gut erzählte, ein Porträt von einer Frau, die nicht in ihre Zeit passt oder vermeintlich, wir wissen nicht, wie viele Frauen nicht in ihre Zeit gepasst haben. Und ich war, wie die Geschichte erzählt wird, hat mich voll mitgenommen. Ich fand die Hauptdarstellerin großartig, fand auch die Nebendarsteller ganz gut. und für mich ist es eine Empfehlung, weil der für mich sehr menschlich war. Nach dieser Besprechung oder nach diesem Recap, wie es auf Neudeutsch heißt, was ich sehr genossen habe, ist der Film wirklich nochmal ordentlich gewachsen. Das ist jetzt die Meinung, die ich jetzt habe. Es könnte sein, dass diese Meinung in der Woche anders ist. Es könnte sein, dass diese, oder sie wird sehr wahrscheinlich sich nochmal ändern, wenn ich den Film in ein paar Jahren nochmal sehen werde. Aber was du jetzt sagst, ist für die Ewigkeit. Genau. Nochmal, dieses Theaterdeutsch ist furchtbar. Dieses Theaterdeutsch ist furchtbar. Der Film ist prätentiös bis an die Zehenspitzen. Ganz furchtbar. Es ist so eine, ihn durchzieht so eine Kunstgewerblichkeit, die ich echt nicht geil finde. Ach, doch nicht in jeder Szene. Okay, Entschuldigung, dein Fazit. Aber, Also bitte. Entschuldigung. Ich habe mich auch ausgelöst. Entschuldigung. Aber, er, es passt zum einen alles. Er hat, er ist durch diese Leerstellen unglaublich interessant, aber auch unglaublich fordernd erzählt. Das habe ich genossen. Er ist sensationell gespielt. Gerade die Hauptwärtschere Mala Emde haut hier einen raus. Holla die Waldfee. Die Inszenierung hat mir zugesagt, weil es halt eben auch bei diesen Bildformaten ist. Und am Ende habe ich einen Film gesehen, der mich berührt hat. Und vor allem, der sich so ein bisschen auch, was ein bisschen, sehr in meinen Synapsen verankert hat. Und der da immer noch rumspucht. Und ich habe, eine Stunde nachdem ich aus dem Film kam, habe ich Blue Beetle gesehen. Und ich will ehrlich sein. Ich fand den nicht, ich fand den nicht schlecht, den Blue Beetle. Weil er war okay. Aber das ist ein Film, der keine Rolle mehr spielt, weil ich die Mittagsfrau gesehen habe. Und dieser Film wird die nächsten Tage noch weiter in meinem Hörn rumspielen. Geht einen anderen Ansatz an Familie als Blue Beetle. In Blue Beetle geht es sehr viel um Familie. Da könnt ihr euch gerne die Besprechung anhören von Schlogger und Timo. Die gehen da genau drauf ein. Habe ich es jetzt ehrlich geschafft, Blue Beetle in den Mittagsfrau-Podcast reinzunehmen? Egal. Also, sorry, ich rede zu viel, ich rede zu lange. Guter Film. Es ist schwierig, er ist für ein spezielles Publikum, sage ich mal. Es ist kein massentauglicher Film, das will er gar nicht sein. Aber er funktioniert. Und ich bin sehr dankbar, ihn gesehen zu haben. Und ich bin noch dankbarer, ihn mit einer wundervollen Gesprächspartnerin besprochen zu haben, nämlich mit dir, lieber Schlogger. Und ich glaube, jetzt können wir auch mal den Deckel drauf machen, denn mit Intro und Outro sind wir hier bei 80 Minuten Playtime. Weile Fresse, das war ein langer Podcast. Ich danke euch hier draußen nochmal fürs Zuhören. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht. Versprochen, der nächste Stugger-Cast wird kürzer sein. Denkt dran, Tele-Standwisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich sage Adieu und Schlogger, dir gebührt das letzte Wort. Dankeschön. Ich darf noch kurz Werbung für mich machen. Und zwar bin ich auch Autorin und habe auch Bücher geschrieben. Und ich glaube auch, die Menschen, die das Buch hier gelesen haben, da weiß ich nicht, ob die, weil der Film, ich glaube, das Buch ist noch ein bisschen prätentiöser, ohne es gelesen zu haben, geschrieben. Ich hoffe, denen gefällt der Film trotzdem. Jetzt aber wieder zu meinen Büchern. Ihr könnt ihr alle finden auf Schlogger.de. Es geht auch um Kommunikation mit Kindern, wertschätzende Kommunikation, aber auch Star Wars Comics findet ihr da. Und im Schlogger-Shop könnt ihr die auch direkt bestellen. Folgt mir sonst überall, The Schlogger. Und sonst freue ich mich auf die nächste Besprechung mit Stu und dass ihr auch wieder zuhört. Bis dahin. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.